Aber sehen Sie die Torparade, also Tore am Fließband von den drei Spielen, über die wir nur kurz berichten. Keines dabei ist 0 zu 0 ausgegangen, also es wird sehr interessant in den nächsten Minuten. Und wir beginnen in Graz bei Sturm gegen den Wiener Sportclub. Sturm, die große Enttäuschung in dieser Saison, der Sportclub die positive Überraschung. Der Wiener Sportclub, ganz im Blau von rechts nach links spielend, nominiert von Beginn an das Geschehen am Sturmblatz. Die Grazer Abwehr ohne Libero Petrovic und mit einigen jungen Spielern, die schon fürs Frühjahr getestet werden, steht ziemlich unter Druck. Nach diesem Stangenschuss rettet Hieden, hält aber mit Glück bis zur Pause ein 0 zu 0. In der 48. Minute setzt sich Kircher gegen Muschig und Vrilasnik durch und sein Zuspiel verwertet Janisch Hitz zum 1 zu 0. Es ist die verdiente Führung für den in allen Belangen besseren Wiener Sportclub gegenüber einer sehr verunsicherten Grazer Mannschaft, die im ganzen Spiel nur zu einer Torchance kommt. Dagegen häufen sich die Möglichkeiten für die Wiener. Hochmeiers Flanke verlängert Flever per Kopf und wieder ist Janisch Hitz da und er trifft in der 70. Minute zum zweiten Mal. Wieder ist er seinem Bewacher Hieden entwischt. Viele Fehler der jungen Grazer Verteidiger in diesem Match. Und auch beim dritten Tor haben dieselben Leute beim Sportklub ihre Wein im Spiel. Dallosch setzt Kirch ein. Er passt zum abermals freistehenden Thomas Janisch Hitz und dieser schießt sein drittes Tor und fixiert den verdienten Erfolg für den Wiener Sportclub und erzielt seinen ersten Hattrick in seiner Karriere mit drei Treffern in der zweiten Spielhälfte. Gewonnen hat es grundsätzlich die ganze Mannschaft. Ich habe heute die Tore gemacht, aber ich glaube man hat im ganzen Spiel gesehen, dass es da keinen Zweifel über den Sieg ergeben wird. Ja, Spiel 5, also Tipp 2.